Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir besuchen eine fünfte Klasse. Hier findet heute soziales Lernen statt. Die Schulsozialarbeiterin Frau Jan wird den Schülerinnen und Schülern beibringen, mit Streit umzugehen, damit sie besser miteinander auskommen. Die Klasse hat sich gemeinsam mit Frau Jan Gedanken gemacht und wichtige Regeln für den gemeinsamen Umgang auf Puzzleteile geschrieben. Auf Tamaras Puzzleteil steht, wir spielen fair und ehrlich und ärgern uns nicht gegenseitig. Auf dem Puzzleteil von Cheryl steht, wir grenzen niemanden aus. Und auf Margaritas Puzzleteil steht, wir sind aufmerksam und achten aufeinander. Die drei wichtigsten Regeln werden, für alle gut sichtbar, in der Klasse aufgehängt. Die drei wichtigsten Regeln werden, für alle gut sichtbar, in der Klasse aufgehängt. Die drei wichtigsten Regeln werden, für alle gut sichtbar, in der Klasse aufgehängt. Die drei wichtigsten Regeln werden, für alle gut sichtbar, in der Klasse aufgehängt.